Dann wird sich nie etwas ändern. Oh, dann muss ich noch diesen anderen Typen finden, der mir diesen Bürtel vielleicht nicht machen kann. Der wird wahrscheinlich schon eher teuer sein, so. Warum erfahre ich das jetzt erst? Wie hieß der überhaupt? Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. Äh... Sack er das? Sagt mir halt auch so gar nichts. Oh, er hat Salz. Salz war, was ich noch brauchte, ne? Glob, Zucker, ja... Ja, wir brauchen gleich zwei. Für Späte haben wir dann schon... Wahrscheinlich finde ich Späte von riesigen Mengen und brauch das nicht mehr, aber... Details. Ja, ist eh egal. Ich bin ja... gestorben. So, jetzt brauche ich aber noch einen Alchemie-Tisch. Äh... Alchemie-Tisch, da drin gibt's doch bestimmt Alchemie-Tisch. So, verkaufst du mir noch irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich nicht. Ich hab... Oh Gott, diese Scheiß-Katze schon wieder... Ach, diese Katze... So, ja... Hier hat nicht beiseite... Äh... Das brauche ich scheinbar nicht hier... Nee... Nee, das ist ja falsch. Ich brauche wahrscheinlich eher so einen... Ofen. Haben wir denn hier irgendwo einen Ofen? Nein, scheinbar ist das kein Ofen, okay. Dann nehmen wir nicht diesen Ofen. Ich miete das auch nicht, so... Nee, das war nicht... Handwerks erst. Oh, wer war denn das andere? Äh... Kenne ich den überhaupt schon? Oder muss ich da zuerst in die Oberstadt? Ich möchte gut, du... Zeig mir sehr gern. So, ja, das ist irgendwie... Ich hab jetzt irgendwie... Was hab ich 60, ne? Ich könnte mir das Helm... Ich könnte mir die Rüstung gönnen... Hab hier ein Schwert... Kann ich wahrscheinlich eh nicht tragen... Einführer Helm... 130! Ich könnte mir die Rüstung holen, ne? So, kann ich denn hier irgendwo mal was backen? Backofen, perfekt. Ich benutze einfach mal deinen... Okay. Ich kann ihn benutzen, aber auch hier nichts backen. Was zur Hölle? Ich weiß ja das Gegenmittel nicht hab. Das weiß ich auch so... Unglücklicher! Komm mal her zu mir! Was? Die Welt ist hart und weiche nicht zu... Damit wirst du dein Glück... Ah... Moment, was? Hä? Schlüssel zum Glück, aber den hatte ich schon. Jetzt hab ich zweimal Schlüssel zum Glück. Ja, geil. Okay... Okay, warum... Nehme ich ihn halt doppelt. Ja, wie zur Hölle mach ich denn dann diesen scheiß Kuchen? Ich meine... Ich hab das Rezept für den Kuchen und... Das muss ich ja noch irgendwo herstellen, ne? Was sei denn das? Hab ich denn schon mal irgendwo getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann das nicht mehr hören. Der arme Kerl kann einem Leid tun. Erneut kam es zu einem Mord im unteren Viertel. Der Bürger Rufus wurde heimtückisch in seiner Hütte ermordet. Zeugen und Hinweisgeber zur Aufklärung dieser Angelegenheit beitragen können... Äh... Richtig, ich muss ja noch... Irgendwie Bier unter die Leute bringen. Kann ich das irgendwen geben? Wusstest du schon, dass ein männliches Exemplar der Gattung ganz gänselig genannt wird? Bisher noch nicht. Äh... Mal so einen großen Kochtopf. Hm, okay. Jetzt soll ich jetzt in den Backofen, wenn ich ja nix backen kann. Äh... Ja, Kochtopf. Ne, du bist nicht Sackertof, oder? Ne, du trägst ja die Ruf... Bäh... Wir trugen auf unserer Welt ein Spiel aus, indem sie die Menschen... Ne, hä, du trägst doch noch die Acht. Seid gegrüßt, Magier. Ich habe mit Alastor gesprochen und er hat mich zu euch geschickt. Es geht um das Reinigungsritual für spezielle Tiertrophäen. Könnt ihr mir dabei helfen? Es ist lange her, dass mich jemand darum gebeten hat, aber du hast recht. Ich kann dir dabei helfen. Es sind aber noch einige Vorbereitungen nötig, bevor ich das Ritual durchführen kann. Zunächst einmal muss das Fell fachgerecht zu Leder gegerbt und in Form eines Gürtels zugeschnitten werden. Das kann nur ein wahrer Meister der Lederbearbeitung. Hier in der Stadt wäre der Bogner Garot ein kundiger Mann. Als weitere Zutat solltest du mir noch zwei Bergkristalle bringen, um die magische Energie bündeln zu können. Außerdem benötige ich ein Stück Schwefel, um die bösen Elemente des Leders zu bannen. Und dann bitte ich noch um eine angemessene Spende für das Kloster. Dafür genügen 500 Rupiering. Ich hoffe, der Gürtel lohnt sich dann. Wahrscheinlich nicht. Der hat doch nur die scheiß Rohe an. Okay. Okay. Wo ist es falsche Farbe? Keine Ahnung. Okay. Auf und wieder zurück. Oh. Oh. Dann müssen wir langsam mal, glaube ich, Schluss machen für heute. Oh. Mal im Kopf. Hört, ihr Bewohner von Assun. Die Arena der Stadt wird bis auf weiteres geschlossen bleiben. Ob und wann eine Wiedereröffnung erfolgt ist... Äh, der war gleich hier vorne. Naja. Wie gesagt, zur Hölle kann man im Backofen nicht backen, aber im Kochtuch. Das ergibt ja gar keinen Sinn. So, was kostet der Spaß? Hallo Garoth! Ich möchte mir aus diesem Fell einen Gürtel machen lassen. Wieviel Rupiering willst du dafür haben? Dazu muss ich mir das Fell erstmal ansehen. Gib her. Das ist kein normales Schattenläuferfell... ...sondern das einer besonders blutrünstigen Bestie. Das ist sein Vermögen wert. Du hast recht, und ich will mir daraus von Sakerdos durch Ardanos Magie einen besonderen Gürtel machen lassen. Tja, ich mach dir einen Vorschlag. Ich bin schon lange auf der Suche nach einem solchen Fell, weil ich ebenfalls einen besonderen Gürtel haben will. Dieses Fell ergibt genug Leder für die Herstellung von zwei Gürteln. Ich fertige dir deinen Gürtel kostenlos an und dafür überlässt du mir das restliche Leder. Ich hab sogar noch zwei Gürtelschnallen hier. Ja, die müsstest du dann nicht einmal bezahlen. Ist mir zu teuer, was? Einverstanden. Wunderbar. Dann komm morgen wieder vorbei. Dann sollte ich fertig sein. Sieh nicht, ne? Kannst du dich haben? Äh. Gucken wir mal. So, Kochtopf steht hier nicht rum. Ja, natürlich nicht. Und ein halbes Brot mit etwas Käse. Ach, das ist ja viel zu viel. Ach so, noch was wieder. Lehrling. Oh. Das macht jetzt wieder bis morgen noch. Äh. Hier steht auch kein Kochtopf rum, oder? Nee, so. Oh, in der Kneipe liegt ein Kochtopf. Kochtopf. Oh. Irgendwo war ein Kochtopf. Ich werde ihn bestimmt wieder finden. Aber bis morgen Zeit. Hier geht auch Bilder malen. Kein Wasser weit und breit. Ich habe keinen Pinsel, glaube ich, in der Hand. Aber ich kann trotzdem malen. Pinsel ist übergewertig. Ich kann einfach mal diesen Herd benutzen. Und dann mal. Weißbraten. Oh, mein Gott. Junge. Hallo? Heißt alles Fleisch dann auch normalisch und das Ganze... Ich gucke einfach mal an. Ich gucke einfach mal. Nein. Scheinbar nicht. Nein. Das heißt Fleisch, Braten, Brät, nur normal... Ach, komm. Ach, ich habe einen Kessel gefunden. Ich habe nichts geklaut. Äh, alles gut. Das ist kein Kochtopf, aber vielleicht geht der Kessel ja auch. Schade. So, jetzt habe ich hier so einen Apfelkuchen. Wie, das lohnt sich nicht. Warmer Apfelkuchen. Wow, stelle minus 2. Äh, wie warmer Apfelkuchen? Guck mal. Ne, jetzt habe ich noch eine Stärke 18. Wow. Das hat sie jetzt... Hier ist ein... Ich anscheide, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich das herbekomme. Wasserfallkuchen. Ja, haben wir auch noch. Dampfen wir irgendwas rein hier. So, äh, Tabak rauchen. Was war das jetzt? Honigtabak, Apfeltabak, Honigtabak. Okay, Apfelkuchen hat gar nichts gemacht. Ganz sicher. Oh. Jetzt brauche ich noch das andere Rezept, aber... Woher habe ich überhaupt dieses Quest mit dem Apfelmittel bekommen? Sag mal. Ich habe dieses Quest doch gar nicht. Egal, ich muss ja immer noch. Fällt mir gerade ein. Kann ich dir das Bier geben? Ach, Bier. Hier. Willst du ein wenig Bier? Du verschenkst dir freiwillig Bier? Warum nicht? Willst du es nun haben oder nicht? Wenn du so fragst, sage ich doch nicht nein, bevor du es dir noch anders überlegst. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Und wie schmeckt das? Vom Geschmack her könnte es ruhig noch intensiver sein, aber sonst in Ordnung. Wie viel Bier musste ich dafür geben? Äh... Ich glaube, das Bier ist schon in Ordnung können, aber vom Geschmack noch hinein. Ich glaube, das Bier ist schon in Ordnung können, aber vom Geschmack noch hinein. Ich habe das Gefühl, ich kenne das Ergebnis. Äh... So, ich brauche jetzt noch mehr Bürger. Wie gehen so gerade die Bürger aus? Äh, scheiße. Ich will kein Bier. Okay, dem habe ich schon mal jetzt gegeben. Hast du Bier? Kannst du besser malen? Nee. Sind ja noch Bürger. Äh... Ist du ein Bürger oder hast du einen Namen? Äh, hast du einen Namen? Scheiße, aber auch... Äh... Da hinten wären Bürger, aber jetzt sind die schon alle gegangen. Scheiße. Ach, leck mich doch. Ah, hier steht noch rum. Perfekt. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Du... Und wie schmecken... Vom Geschmack her? Warte mal. Nein, hier will ich nicht reden. Verpiss dich. Oder warte mal. Lass... Verpiss dich. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Riesig. Mit vielen gefährlichen Viechern. Dann habe ich ein Bier. Das wäre jetzt... Lass mich raten. Das können vom Geschmack in das Viecher sein. Auf jeden Fall nicht das normale Bier. Das ist schon mal gut. Aber es hätte intensiver schmecken können. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Ähm... Die Arena ist geschlossen. Das weißt du schon, ne? Kein Wasser weit und breit. Ich habe das Gefühl, wir werden in die Arena. Ist der Typ noch da? Ja, der Typ ist da. Bring mich mal ins Kloster. Ich muss die Zeit totschlagen bis morgen. Wo kannst du... Ich reise häufig. Ja, wir kommen übrigens keiner aufs Maul, wenn man in der Hütte steht. Nee, du bist nicht der Bierbrauer. Performer sagt auch mal wieder auf Wiedersehen, weil... Brauchen wir nicht. Hallo. Ich habe ein paar Meinungen zum Bier eingeholt. Das Bier könnte ruhig noch intensiver schmecken. Soll es das? Da muss ich wohl noch etwas verändern. Aber danke, dass du das gemacht hast. Was ist mit meiner Belohnung? Ach ja. Hier hast du fünf Flaschen frische Brise, das ich hier gebraut habe. Außerdem kannst du bei mir jetzt immer das Bier kaufen. Zeig mir... Ich kann ein Bier kaufen, toll. Äh, ja. Da, wenn dir Träume war. Okay, jetzt ist das Quest damit durch. Das Quest ist damit durch. So, so langsam leert sich doch die Liste. Äh, auch noch was der Krut. Stimmt, dann muss ich noch mal ins neue Lager, dem Typ mal in die Schnauze schlagen. Ist natürlich nicht ganz einfach. Und dann wird es langsam dünn. Äh, Steingräßing ist so, Sandbring ist so richtig. Ähm. Na, so langsam nicht, das ist doch. Okay, Mist, ne im Kloster. Was soll ich denn da jetzt? Äh. Und jetzt? Verstehe nicht, was soll ich da jetzt? Na, der Wurz. Brauche ich auch noch welche? Ich meine, ich könnte mir die permanenten Tränke leeren, ja, aber... Möge Adanus dich besch... Was soll ich da jetzt? Also... Ich brauche noch einen natter Wurz, die können die hier kaufen. Also ich brauche ein bisschen mehr als nur die eine Packung. Oh nö, clicke ich mir das sind, dass dieser Schatz Mönche, hör auf. Ja, wieviel uhr haben über nichts. Nervig' Ding war so. Was soll ich denn da jetzt? Was für ein Kloster ist die Misten? Verstehe ich nicht. Oh ne, fickt euch doch. Naaah. Bring mich hier weg. Oh, das wird...